Willkommen zurück. Und? Was hast du gelernt? Es ist nicht immer jemand für dich da. Schlaues Mädchen. Okay, ich kann's erklären. Du musst Lero sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lange gehörst du schon zur Rebellenallianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Zarek-Besh? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Erschließ sie! Ich darf hier nichts mehr in den Brauen! Du bist immer da, wenn ich dich brauche, Nix. Okay, okay. Wie komme ich hier raus? Mach dich bereit, Nix! Halt! Such dir Gekung, Nix! Aufgepasst, Nix! Aufgepasst, Nix! Aufgepasst, Nix! Aufgepasst, Nix! Es muss ein Weg hier raus geben. Es muss ein Weg hier raus geben. Genau, was ist sie vor. Es muss nicht so gut sein, wenn ich sie verletzen bin. Es nimmt die Rebellen zu. Ich will ein Todeswahl an dir! Sofort! Ein Vermögen für den, der mir ihren Kopf bringt. Es wird kein Ort in der Galaxis geben, an dem sie sich vor mir verstecken kann. Sofort! Bitte, sei kein Milchschlucker. Oh, schon der zweite Auftrag, der schiefgelaufen ist, nix. Das ist mehr als nur Pech. Ach, sieh nur, das ist das alte Schiff. Neuer Plan, nix. Wir stehlen es und fliegen hier raus. Ja, das klingt für mich auch gefährlich. Ich kümmer mich drum. Nix. Ich befehle, euch, sie aufzuhalten. Ich würde mich von dem Ding fernhalten. Ich habe keine Angst vor dir. Uh-oh. Halt sie, aufzuhalten. Halt sie! Ah! Was macht die denn hier? Da kommen sie! Hauen wir ab! Ist wie Gleiterfahren, oder? Nein! Mach's nicht! Tut mir leid! Macht Spaß! Na also! Die Barriere ist weg! Und los geht's! Oh! Das war etwas knapp! Fast geschafft! Bring mich hier raus! Nein, 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 nein! Los doch, du Mistding! Toshara! Hauptsache weg hier! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Los doch Ellers! Shit! Ich habe die Zeith! Ach, geschafft. Irgendwie. Komm schon. Ah, hallo. Ah. Hm. Victor? Hm. Victor? Tut mir leid, tut mir leid. Ich dachte, du gehörst zu denen. Hä? Viele neue Freunde heute. Hey, wir müssen das nicht tun. Puh, gar nicht mal schlecht. Gute Arbeit mit diesen Banditen. Wer bist du und was willst du? Gut, du bist sauer wegen dem Rohr. Ich dachte, das hätte niemand überlebt. Aber du lebst, also helfe ich dir. Ich brauche keine Hilfe. Ich verschwinde von hier. Und wie? Du bist fremd hier und dein Schiff fliegt in diesem Zustand nirgendwo hin. Aber du hast Glück. Ich bin Mechanik. Und was wird mich der Spaß kosten? Naja, einiges für Ersatzteile. Aber Toshara ist ein toller Ort für Leute mit deinen Fähigkeiten. Es gibt diesen Pike-Unterboss namens Gorak. Sprich mit ihm. Und der gibt mir Arbeit. Verstehe. Nimm den Gleiter aus dem Schiff und fahr nach Miroganer Stadt. Wenn ich zurückkomme und mein Schiff ist ausgeschlachtet, finde ich dich, äh... Wacker. Ich heiße Wacker. Finde ich dich, Wacker. Na schön. Schauen wir mal. Es wird alles gut, Kumpel. Denn wenn ich Zeit nie zusammenkomme. Ich komme bis zum Schiff und zin. Ich komme über die Zeit. Jetzt entdeckt. Und wie ich hier, was. Ich komme über die Zeit für Teilen. Ich komme über die Zeit.